Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Lange und schon wieder für euch in Shadowlands in OX. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage-Tower-Guide präsentieren. Heute soll es um den Vergelter-Pilor-Ding gehen. Und dazu würde ich sagen, schauen wir uns gleich mal so das Gear an, mit welchem ich gespielt habe. Dann würde ich sagen, die VZs, Consumer Bills und die Skillung. Und dann schauen wir zuletzt in den Kampf einmal rein. Ich werde euch die Fähigkeiten so ein bisschen erklären und auch so ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze gespielt habe. Als allererstes einmal zum Gear. Ich habe mir wieder, wie bei den allermeisten anderen Klassen, einfach ein bisschen was zusammengecrafted bzw. im Auktionshaus gekauft. Das ist das MOP Crafted Gear. Und zwar habe ich das auf zwei verschiedenen Item-Levelen mehr gebastelt. Einmal auf Item-Level 54, auf den Slots, wo es keine Verzauberung gibt. Und auf den anderen Item-Level 48 hat den Hintergrund. Die ganzen alten Verzauberungen, also von Classic bis Shadowlands, kann man maximal auf 50er Item-Level, ne, von Classic bis BFA, pardon, auf maximal Level 50er Items draufhauen, also 50er Item-Level. Und drüber geht es dementsprechend nicht. Heißt, wo wir alte Verzauberungen haben, gehen wir ein bisschen niedriger vom Item-Level, um die einfach noch draufmachen zu können. Denn wir werden ja eh im Mage-Tower runtergescalt auf Stufe 50. Heißt, auf dem Kopf habe ich mir das Teil hergestellt. Vom Schmied gibt es das einmal in Pandaria, kann man das bauen. Und hier gibt es keine Verzauberung drauf. Habe einen Sockel, einen Metasockel reingemacht. Und zwar mit drei Stärke und drei Prozent Mikrit. Dann ein sieben Prozent oder sieben Stats-Sockel. Das ist das Leviathan-Auge. Das könnt ihr nur einmal draufbauen. Dann beim Hals habe ich einfach das Herz von Azeroth genommen. Es würde zwar auch eine Verzauberung geben, aber das ist hier über Level 50. Deswegen können wir die leider nicht draufmachen. Das Herz von Azeroth hat aber den Vorteil, dass es hier nochmal einen extra Sekundär-Stat hat. Deswegen ist es eigentlich besser auch ohne VZ. Dann haben wir einmal die Schultern. Da habe ich auch nochmal fünf Stärke und zwei Crit drauf verzaubert. Deswegen habe ich die hier ein bisschen lower gelassen. Sprich auf 48. Habe auch nochmal hier ein bisschen Stärke reingesockelt. Dann haben wir den Rücken. Den habe ich mir auch hergestellt. Hier auch auf 48. Da können wir dann nochmal sechs Primärwerte drauf verzaubern. Auf der Brust, die habe ich auf 54. Denn die 30 Primärwerte sind aus Shadowlands eine Verzauberung. Und hier habe ich dann einfach zweimal epische Versa-Sockel reingehauen. Die Geschichte ist nämlich, die epischen Stats-Sockel, die sieben Stats bringen, könnt ihr auch nur auf Items draufsockeln. Die auf Items 50 sind oder höher. Dementsprechend auf den ganzen Lone habe ich drei Stärke reingesockelt. Das sind alte Sockel. Und auf den über 50er Items habe ich einmal hier die epischen sieben Werte-Sockel draufgehauen. Beim Paladin oder beim Vergelte im Allgemeinen ist es so, dass man anscheinend Versa sockeln kann. Am besten für die Mage-Challenge. Oder halt Stärke. Das könnt ihr euch raussuchen. Hier habe ich dann auch nochmal ein Level 50er Item mit Stärke drauf verzettet. Und dann nochmal einen einzigartigen Sockel, der hat sechs Stärke drauf. Das ist das Krakenauge. Dann haben wir hier einmal nochmal 15 Stärke. Das ist ein Shadowlands VZ. Deswegen habe ich das auf 54 gecraftet. Dann hier können wir einen extra Sockel drauf machen. Deswegen habe ich es auf 48 gemacht. Da gibt es einfach so ein extra Sockel-Item. Zweimal Stärke rein. Hier auf der Hose habe ich wieder auf 48 gemacht. Da gibt es nämlich noch sechs Stärke und drei Crit, die man drauf verzaubern kann. Auf den Schuhen, auch auf 48, kann man nochmal vier Angriffskraft draufhauen. Und die Ringe habe ich die Shadowlands craftet. Ringe mir geholt. Die kann einfach ein Juve bauen. Und da habe ich auch Versa drauf verzettet und Versa gesockelt. Also ihr seht schon, fast das ganze Gear kann man einmal sich craften lassen. Wenn ihr das Herz von Azeroth nicht habt, dann könnt ihr euch auch das Juve-Ding craften. Das hat auch nochmal einen Sockel drauf. Zu den Trinkets habe ich einmal, wie in den meisten Challenges, den Geister-Eisendrachling. Und den kann den Inji bauen. Und dort können wir dann auch nochmal Sockel draufbauen. Das sind bestimmte Inji-Sockel. Die kann auch der Inji herstellen. Denn ich habe hier mit zweimal Tempo und einmal Versa gespielt. Dann habe ich hier einfach ein Crab-Trinket an. Ihr solltet euch eigentlich für die Challenge, ich kann euch zeigen, welches ihr euch holen solltet. Und zwar einmal gehen wir nach Legion. Dann ist mal Grüne Albtraum. Und dann die Tendra. Und hier die verhärte Samenkapsel. Die DPS ultimativ fiel raus. Macht da eh Schaden. Und wir gehen hier gegen drei Gegner vor. Dementsprechend ist es auf jeden Fall eine fix nice Angelegenheit, das Trinket zu haben. Gibt noch ein bisschen Heilung. Ich habe es mit vier Chars, mit einem DK und drei Paladin, war ich in jeder Schwierigkeitsstufe drin. Alle Bonus-Royce raus, habe es nicht bekommen. Jetzt habe ich es ohne gespielt, habe einfach das angelassen, was ich anhatte. Also diese Fiole ist nicht gut, die braucht ihr nicht farmen. Holt euch das Trinket und das Drachling und dann fahrt ihr gut. Wenn ihr bei beiden kein Glück habt, könnt ihr euch immer noch den Akano-Crystal von dem World-Boss hier aus Ding holen. Aus Asuna. Der heißt Chim. Der müsste hier irgendwo sein. Aber der ist halt nicht immer ab. Oder ihr schaut zu Kazak. Der ist immer da. Und zwar im Tannan-Dschungel hier oben. Der droppt auch nochmal ein Trinket, ein Stat-Trinket. Das ist auch nicht verkehrt, wenn ihr die Samenkapsel, so wie ich, nicht bekommt. Gut, soweit zu den Sachen. Dann haben wir noch das letzte. Ich habe hier mit einem blutigen Arcane-Rasse gespielt. Das ist so eine Account-Bound-Waffe. Warum habe ich die genommen? Und zwar habe ich die auf den Level-1-Char geschickt. Habe die Kreuzfahrer-Verzauberung da hingeschickt. Und dann konnte ich da Kreuzfahrer drauf machen. Das geht nämlich auch nur auf Low-Items. Aber da man die ja zu einem Low-Char schicken kann und die dann runterscalt, kann man sie quasi verzauberen. Und das bringt einfach nur ein bisschen Heilung. Ob man das jetzt hier unbedingt beim Paladin braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich kann mal reingucken. Obwohl, ihr seht, alleine die Verzauberung, heilige Stärke ist das, glaube ich. Das müsste Kreuzfahrer sein. Das hat mich um 45% hochgeheilt, ne? Von meiner kompletten Heilung. Krass. Also, vielleicht sollt ihr das doch drauf machen. Macht schon Sinn. Heilt euch schon relativ gut. Gut. Dann, ähm... Würde ich sagen, schauen wir das Gier. Im Gier sind wir fertig, meine Verzauberung sind wir fertig. Genau. Dann schauen wir mal die Talente an. Ich habe einmal Eifer hier geskillt. Himmlische Macht. Buße. Hochzoross. Göttliche Bestimmung. Heilende Hände. Und Geweihter Zor. Dann zu den Consumer Bills habe ich benutzt das BFA Fläschchen. Große Fläschchen des Tiefen Sogs. Dann verdunkelter Wettstein. Dann ein Versa Food. Das sind die, ähm... Süße... Silber-Irgendwatt-Würstchen. Dann haben wir hier Verstärkungsruhne einmal. Klar, dann die Aura der Hingabe. Solltet ihr immer wieder aktivieren. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal vergessen. Dann haben wir einmal Trank der ungezügelten Wut. Und dann habe ich Trommeln genommen. Hier der Wut. Die waren am günstigsten. Aber ihr könnt auch alle anderen Drums benutzen. Zusätzlich gäbe es noch die Möglichkeit, eine Kriegsrolle zu nehmen. Da kriegt ihr nochmal drei Prozent mehr Main-Stat. Kann man sich überlegen. Die sind meistens relativ teuer. Die kann der Inschriftenkundler herstellen. Kriegsrolle der Stärke oder so müssten die heißen. Das könntet ihr euch noch überlegen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht benutzt. Ich habe, glaube ich, sieben Trials gebraucht. Vorher noch nie vor Gelder gespielt. Also die Challenge scheint relativ einfach zu sein. Gut, ich würde sagen, wir schauen in den Kill rein. Ich mache einmal hier den Sound aus. Und, ähm, ja, dann gucken wir mal ein bisschen drüber, was die Bosse können. Am Anfang kann ich euch empfehlen, ähm... Zieht euer, dieses Schild, ne, das Explode, haut die Weihe hin. Lauft hier rein. Haut die Siegerin an. Kickt den. Und dann zieht die alle zusammen, ja. Dann könnt ihr nämlich jetzt die ersten paar Sekunden, ähm, bei Pull am besten auch die kompletten CDs ziehen. Also unsere Wings, den Pod und HT ziehen. Und jetzt könnt ihr die ersten paar Sekunden, weil die alle zusammenstehen, komplett durchziehen. Wichtig ist, ihr solltet nicht in der grünen Pfütze stehen. Die macht Schaden. Relativ offensichtlich. Die Hämmer, die rumfliegen, die machen auch Schaden. Versucht, denen ein bisschen auszuweichen. Ihr könnt euch aber gegenheilen. Die erste Fähigkeit, die wir haben, ist, ähm, auf unserem Melee-Mob. Und zwar dem Jarl. Und der, ähm, macht einen Haufen mehr Schaden, ist ein bisschen slower und verfolgt euch. Den, da solltet ihr nicht rangehen, der macht relativ viel Schaden. Hier können wir unseren Slow draufhauen. Ich kann euch kurz noch was zeigen. Das habe ich jetzt, äh, vergessen gehabt. Ähm, hier beim Hand der Hinderung. Da kriegen wir ja, oder können wir den Gegner ja um 70% slowen. Ich habe mir zwei, drei Makros gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Ähm, genau. Einmal hier. Hashtag Show Tooltip. Und dann Stop Casting. Cast at Boss 3 Hand der Hinderung. Da müsst ihr den nicht ins Target nehmen. Wenn der Boss, äh, hier seinen Shit macht. Euer Boss Mods zeigt euch das an, wenn ihr eins drauf habt. Also sowohl, ähm, DBM als auch, äh, Big Wix müsst es anzeigen. Könnt ihr einfach, ähm, euer Makro einmal drücken. Der wird geslowt, ein bisschen wegläuft. Müsst ihr nicht das Target switchen. Könnt natürlich auch ihn einfach anklicken, slowen. Ich finde es immer so angenehmer. Ein zweites Makro, was ich noch habe, ist, äh, auch wieder Show Tooltip, Cast at Boss 1. Das ist, ähm, unser Main Ziel. Und zwar haue ich da Buße drauf. Den müssen wir nämlich später mal wegzitzen. Werde ich gleich nochmal zu kommen. Und das dritte Makro, was ich habe, da habe ich einfach meine CDs reingehauen. Also sprich, Zäune Vergeltung, Trank der ungezügelten Wut und meine Trommel, dass ich nicht alles einzeln drücken muss, ist angenehmer. Kann man aber machen, wie man möchte. Genau. Soviel dazu. Also von dem Typen, wenn er den Wutzustand hat, 20 Sekunden ist der etwa drauf, bisschen weglaufen von dem. Ihr könnt aber auf den anderen Melee-Mob, ähm, noch draufhauen. Das, ähm, passt, ne, auf Siegerin. Und jetzt haben wir hier gerade diese Runen. Diese Runen müssen gesaugt werden. Äh, es spawnen drei Runen. Und diese drei Runen, die werden immer kleiner. Das Problem ist, die sind nicht alle gleich groß, sondern eine ist ganz klein, eine ist mittelklein, ihr seht das, und eine ist, äh, groß. Ihr solltet immer als erstes die kleine am besten zucken, außer ihr steht direkt neben einer, weil die wird als erstes ganz klein und wenn sie verschwinden, dann gehen sie hoch und machen extrem viel Schaden. Das one-shottet euch. Wenn ihr vielleicht komplett voll seid, euer Schild noch drauf habt, eventuell überlebt ihr es, aber im Normalfall one-shottet euch das, ja. Also wenn ihr seht, ihr schafft es nicht mehr, zieht die Bubble, das haben wir als Paladin, ist eine praktische Angelegenheit, beziehungsweise, ähm, ja, schaut, dass ihr euer Ross ein bisschen aufspart. Zieht nicht eure beiden Rösser bei einem Runen. Manchmal kommen zwei Runen-Stacks gleich hintereinander, da müsst ihr ein bisschen gucken. Siegrin, ab und an, wenn ihr ein bisschen weiter von ihm weg seid, chargt er euch. Habt ihr vorher gesehen, ihr wollt gerade die Rune noch socken und er chargt euch weg. Ihr landet im Nirvana-Rune, geht hoch, Feierabend. Also da bin ich ein, zwei Mal dran gestorben. Das immer mit einberechnen, macht es nicht zu knapp. Ähm, dann, die nächste Fähigkeit, die wir haben, ist dieser Runen-Seer-Fall hier. Der castet sich ein Schild drauf und einen Spell, den man hier interrupten muss. Ihr seht, ich hab irgendwie zu früh interrupted, also den kann man erst interrupten, wenn das Schild weg ist. Habt dann einfach gebabbelt, weil wenn der Cast durchgeht, dann hat man das Problem, dass er euch genauso, das gleiche wie bei den Runen, dass er euch quasi one-shottet oder fast one-shottet, ja. Da müsst ihr ein bisschen aufgucken. Dann, Siegrin, seht ihr, hier castet er gerade einen Spell. Wenn der durchgeht, dann pulsiert er um sich einen Haufen E-Schaden rum und deswegen wollt ihr den in die Buße packen. Ihr habt zwei Optionen mit Siegrin jetzt. Wenn dann, ihr lasst ihn die ganze Zeit dann in der Buße drin, ja, dann macht er nicht mehr viel. Oder ihr holt ihn raus und cleaft ihn, ja. Das müsst ihr so ein bisschen entscheiden. Die sichere Variante ist, ihr lasst ihn in der Buße drin, cleaft dann nur die anderen, dann macht der Typ nicht viel. Er chargt euch nicht. Er, ähm, legt keine Voidflächen auf den Boden. Das macht, glaub ich, auch er. Ja, und, ähm, dementsprechend castet ihr diesen Cast nicht, ne. Bei dem Cast ist es übrigens so, dass, äh, wenn er den durchkriegt, dann pulsiert er die ganze Zeit weiter Damage. Also da müsst ihr ihn auf jeden Fall im CD drin lassen. Ihr solltet ihn am besten während dem Cast interruption, dann ist es gut. Sofort die Buße draufhauen, dann habt ihr kein Problem. Hier castet er gerade wieder sein, ähm, sein Spell. Das Schild hab ich schon weggehauen. Ich lass ihn aber relativ lang casten, weil da macht er nichts anderes, sonst castet er halt seine Schattenblitze. Jetzt seht ihr diese Walküren, die gerade gekommen sind, die sind relativ selbsterklärend. Es kommt eine Reihe von Walküren, es gibt einen, ähm, ja, einen freien Raum in der Mitte und da steht er am besten halt einfach, um dementsprechend nicht getroffen zu werden. Wenn die euch treffen, selbiges wie mit den Runen, da werdet ihr einfach ziemlich hart weggeschottet. Jetzt, äh, seht ihr, überlappen ein paar Sachen. Der Typ verfolgt mich. Ich hab wieder den Slow draufgehauen, geguckt, dass ich wegkam, aber gleichzeitig von den Walküren ein bisschen, äh, also nicht getroffen werde. Und jetzt haben wir nochmal die Runen, die können wir jetzt auch wieder socken. Wie gesagt, am besten immer nur einen Ross raushauen. Wenn ihr beide raushaut, dann, und die gleich nochmal kommen, habt ihr so ein bisschen ein Problem. Dann haben wir noch diese gelben Kügelchen. Die müsst ihr am besten dann aufsammeln, wenn ihr relativ low seid. Und, ähm, die heilen euch einfach wieder. Jetzt seht ihr, haben wir ein bisschen Overlap. Er castet gleichzeitig seinen Shit. Ich muss ihn zu 10, die Runen aufsammeln und von dem, ähm, anderen Typen weg. Der wirbelt nämlich hier gerade. Und bei dem Wirbel zieht er euch ran. Und wenn ihr in dem Bereich seid, kriegt er mehr, kriegt er relativ viel Schaden. Ihr könnt den Typen auch stunnen, dann hört er sofort mit seinem Wirbel auf. Hatte ich gerade auch Ready, wäre wahrscheinlich sinnig gewesen, äh, war dann aber mit den drei anderen Sachen ein bisschen beschäftigt. Am Ende wird es immer schwerer, weil die Sachen immer schneller kommen und sich halt überlappen. Wenn ihr gleichzeitig Runen laufen müsst, den Typen wegzitzen, von dem einen weglaufen, äh, er zieht euch vielleicht noch ran, dann, dann wird es halt ein bisschen ätzend, ja. Solange ihr genug Schaden habt, passt es. Und ihr seht, ähm, am Ende ist es tatsächlich so, dass ihr die nicht ganz töten müsst, sondern ihr müsst ihn hier auf 20% bringen, den Caster auf 7% und den, ähm, Jarl, den müsst ihr umboxen, ja. Die haben aber, ähm, verbundenes Leben, ne. Also ihr Leben ist verbunden, aber sie sterben halt nicht gleichzeitig. Ihr könnt die ganze Zeit auf einen draufhauen. Zum Beispiel, er zieht die ganze Zeit auf den Caster drauf. Wenn der auf 7 ist, ist der andere Boss automatisch auf 20% unten. Dann noch ein kleiner Tipp. Am Ende, ähm, versuchen wir vielleicht noch ein bisschen zurückspulen. Am Ende ist es so, dass der Caster-Mob anfängt, sein Schild-Cast die ganze Zeit zu casten. Während er sein Schild-Cast castet, geht er euer kompletter Damage auf sein Schild und ihr könnt ihn erst interrupten, sobald das Schild gebrochen ist. Das Problem an der Geschichte ist, am Ende castet er einfach die ganze Zeit sein Schild-Cast hintereinander, ne. Also ihr haut das Schild auf, interruptet ihn, ihr castet sofort nochmal das Schild. Bei den anderen Klassen, wo ich ein bisschen länger hier den Kampf gespielt habe, war es dann tatsächlich so, wenn ihr den Caster auf unter 10-12% habt, zieht nur noch auf den Millie-Typ durch, ignoriert das Schild und, ähm, haut den Millie tot, dann ist der Fight zu, oder auf 20%, dann ist der Fight zu Ende, weil sonst haut ihr das Schild auf, ihr castet es wieder. Haut das Schild auf, castet es wieder, dann kriegt ihr den nicht tot. Einfach am Ende einfach durchziehen, deswegen habe ich dann hier auch hauptsächlich auf Siegring-GDPS, beim Parler ist es gar kein Stress, da macht ihr ja tatsächlich eh genug Schaden. Ich habe, ähm, ein bisschen reingeguckt, ich kann euch mal zeigen, wie es bei mir aussah mit dem Schaden tatsächlich, und zwar, ähm, warte mal, das ist die Heilung, bei mir hat der göttliche Sturm mit am Abstand am meisten gemacht, heißt, wenn ihr die immer schön zusammen habt, wenn ihr den Caster-Mob immer ein bisschen interruptet, dass die zusammenkommen, könnt ihr da extrem reinkliefen, ne, also für einen Parler ist das eine relativ einfache Challenge an der Stelle. Gut, damit sind wir eigentlich durch mit dem Encounter. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen, sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet, und sonst sehen wir uns gerne in weiteren Guide-Videos wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.